Ja, da hinten kam das Zeichen, meine Damen und Herren. In der Feldbewertung, unser erster Starter ist die christliche Musikvereinigung Jung, ein VG aus Kampen und den Niederlanden. Die Vigilanzstapie ist Marit Kainz und wir hören Barton Rouge und Seth Fox. Viel Spaß! Vigilanzstapie Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.